So Leute, es kann schon weiter mit Total Overdose. Ich bin das Euer, das ян Armin, Sincx. Und wir sind immer noch Krrrrruuuu. Ja, im letzten Part waren wir beim lieben, netten Elvis daheim. Ja, aber das war natürlich nicht unser hier Loaf-Meetender, Elvis. Sondern der böse, eh, nicht so liebe Elvis, der dann hier auf uns geschossen hat. Aber zum Glück konnten wir einen merkwürdigen, mexikanischen Ressler mit unserem Locke-Mofo und der hat den fertig gemacht. Leider, es klingt merkwürdig, aber es ist auch merkwürdig. So, und hier sind richtig schön viele Punkte. Ja, und die würde ich sagen, sammeln wir jetzt erstmal alle gleich ein. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Komm, wir wollen hier hier Bester der Welt sein. Denn du wirst unbesiegbar sein. Ja, ich habe ja gestern die Game One-Rue von irgendeinem PokéWood-Spieler gehört. Das habe ich da ein Ohrwurm. Ich weiß. Merkwürdig. So, gut. Dann cruisen wir hier rüber. Oh, cruisen, weil... Ne, verdammt, wir sind gar nicht cruisen. Verdammt, wir sind Ram. Ich wünschte, ich will cruisen. Naja, so, gut. Das Blöde ist, eins von meinen Upgrades ist weg. Das ärgert mich richtig. Und jetzt fehlt mir dieses Upgrade, dass ich zwei Pumpguns hier mit einer Hand tragen kann. Das muss ich jetzt erst irgendwo wieder finden. Aber da geht es ja schon weiter. Oh, Leute. Wie viele von diesen blöden Bonuspunkten gibt es denn bitte? So, ist da oben was? Äh, nicht. Ah, schau. Nicht so gut. So, kann ich hier runter ohne zu sterben? Ja, kann ich. Sehr schön. So, und das Beste ist, Leute, wir müssen nicht mal einen... Alter! Alter! Was ballert dir Gott und die Welt auf mich? Okay, das war... Oh, das war ein Polizist. Ne, ne, ne. Ne, ne. Entschuldigung. Okay. Aber der andere Typ, die fahren mich da einfach an. Das finde ich ja richtig assi. So. Ich möchte jetzt eigentlich noch einen Upgrade-Punkt haben, aber egal. Na, zumindestens, äh, äh, der liebe, nette, freundliche und natürlich so, äh, gut angezogene, Herr, ähm, ähm, Herr, 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 äh, Elvis hat uns gesagt, dass, äh, dass wir, äh, dass der Mafia-Boss hier, äh, einer bei der Armee ist. Und das ist natürlich nicht so gut, denn mit der Armee müssen wir uns jetzt also auch noch anlegen. So. Ein Rebound eingesammelt. Und dann springen wir hinter die Theke, rauben die alle aus. Ne, muss man gar nicht. Aber hier ist irgendwas Cooles. So, und ich würde sagen, bevor ich jetzt hier noch weiter schwafle, BAM! Tun wir hier einen Sprung an die kleine Pause machen und, äh, meinst die nächste Aufgabe. The General Ramirez infilträgt sein Military Jungle Camp and the trail moves closer to the mysteries of mystical Papamuerte and the truth behind the father's dead. Ja, äh, Ramirez, äh, hier, äh, Ram, auch kurz, äh, schon genannt, ähm, will ja immer noch herauffinden, wer seinen Vater getötet hat. Und diese Papamuerte scheint eine Spur dahin zu sein. Das heißt, wir schnappen uns den Papamuerte, den General als nächstes. Das heißt, wir schnappen uns. Das heißt, er ist die link between somebody in the DEA und Papamuerte. Get it? So, we decided that Ram must get into the General's headquarters for more info. Und? Und? Und du get the name of the traitor inside the DEA? Wir found something better. Aber first things first. Hey, amigo. Ready for the ride of your life? Please tell me this isn't happening. Relax, hombre. Or Lucy and I will take you into the sky. I thought for a minute there you were stoned. And you were flying the plane. Salta, amigo! Jump! Jump! Is there anything I should know before I jump? Si. Put on the parachute and pull the string. Thanks a lot, pal. Ram, your goal is a big tall ruin with the satellite dish. This is the communication building. Inside, they keep their most sensitive data. We need that data. Also, ich schätze mal, das ist der identische Platz, wo, ähm, im Intro auch unser Vater, also auch hier der Vater von Ram und, ähm, 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 und Cruz ist. Äh, und das heißt wahrscheinlich, dass wir hier irgendwelche Spuren finden werden, warum unser Vater gestorben ist. Bullseye! Bam! Naja. Aber, solange ich hier meinen Bullet Time habe, kann hier so viele Armee-Soldaten und Papo-Muerte es kommen, wie sie wollen. Ah, da, 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 da ist ja assi. So. Okay. Ich würde sagen, das machen wir jetzt ganz cool. Oh, sieh ich da? Ein, ein RPG. Oh. Hab ich RPG-Muni voll? Das kann doch nicht sein. Okay. Dann machen wir es halt anders. Boah! Inside, du bist. Boom, boom. So, boom, 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 boom Würde ich mal hier sagen So, das war eine schöne Explosion Da kommt es direkt gleich nochmal hier Hä, kann ich immer noch nicht aufnehmen Merkwürdig So, jetzt habe ich es hoffentlich aufgenommen So, 10er Combo, wunderbar Und wollen wir hier hoch gehen? Ja, das musste sein So, wenn der hier keine Lust hat Runter zu kommen, dann kommen ihm die Granaten zu ihm hoch Würde ich sagen, so Sammeln wir das noch ein und jetzt heißt es, weiter geht So, ähm Nehmen wir den Truck, da geht es schneller So, und damit kann man immer so schön Boom machen Mit einem Geiger, komm, komm Mit dem fährt es sich irgendwie nicht so gut Äh, mit dem fährt es sich irgendwie gar nicht So, komm Ja Komm, mach Boom Das Ding macht ja nicht mal Boom Mein Gott, wenn es nicht Boom macht, dann ist es ja langweilig Bam So, extra help Sucker Boom So, und dann hat es schon wieder Boom gemacht Und ich glaube, jetzt hat es meinen Truck zerlegt Sehr gut Nein, ich möchte doch Oh, ich wollte doch auf das Faster schießen Down Sackgesicht So, jetzt werfen wir mal ein paar Granaten Weil hier spawnen so viele Granaten Komm Explodier, explodier, explodier Explodier Sehr schön Bam Ey, mit einem Bissar, mit einem Bissar Granaten geht alles Äh, jetzt habe ich ein Bissar Probleme hier Langsam So, Granate Ach komm, die kommen nicht im Flug werfen Was ist denn das für ein Kack? So, komm, Max Payne kann auch Granaten werfen Warum bist du nicht so cool wie Max Payne Cruise? Bin enttäuscht von dir So Hier kommt ein kleines Geschenk Oh, okay Hier kommt kein Geschenk What the fuck? Was ist das? Ich habe keine Achso Ich kriege den nicht hin Ich kriege den gerade nicht hin, mein Headshot Äh, okay, achso Ich habe auf die Fester geschossen Schlecht Egal, dafür ist das immer cool aus So, Bäm Bäm So Jetzt können wir uns erst Mua, verdammt Lauf, lauf, lauf So, scheiße Jetzt, jetzt tut's weh langsam Komm, hau ihn down, hau ihn down Aaaaa Bitte Na, kann ja nicht irgendwo leben sein Ich kriege echt gerade keine Headshots vernünftig hin So, endlich mal So Aaaaa Lass mich in Ruhe So Machen wir mal etwas Aaaaa Schieß doch Schieß So Da hinten ist Leben Ich komm, wenn ich das da hinschaffe Wenn ich das da hinschaffe Aaaaa Leute, ich werde angerufen Entschuldigung Okay, Leute, okay Sorry für die kleinen Verbrechung Brrp Kann man uns gleich wieder zurückporten So Jetzt nochmal leben Ein bisschen zumindest Aaaaa Aber trotzdem nicht genug Um gegen die ganzen Gegnermassen da zu überleben So Erstmal das Leben nehmen Dann speichern Ach, es ist so ärgerlich Dass man hier nicht irgendwie Leben auflädt In den Speicher Dingern Das wäre voll praktisch Naja, man kann nicht alles haben Realismus zum Beispiel Schau ich mal vor, das Spiel wäre realistisch Dann wäre das ja langweilig So Locker Move So Ich glaube Da sollten wir erstmal nicht hingehen Solange die Granate noch nicht explodiert ist So Der hat eine AK Wir haben doch auch eine AK Sollen wir mal wieder mit der ein bisschen rumspielen So Wo müssen wir eigentlich langen? Weil ich töte hier gerade einen Milliarden Gegner Aber habe keine Ahnung, wo ich genau hin muss So Okay Ich würde sagen, wir gehen einfach mal zurück Weil da war Auf der anderen Seite ging es ja weiter Stimmt ja Wir müssen ja zu diesem Äh Wir müssen ja da hoch Stimmt, stimmt, stimmt Boah Sind wir eigentlich gleich da? Oder? Die Mission sind immer voll kurz Fällt mir echt auf Boah Triple Headshot Super Oh nein, 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 nein Komm So Extra live Hier immer See you Sam So cool immer Wie sie dann immer sagen Extra live So Geht daumen, geht daumen, geht daumen Alter Bullseye So Einfach damit es ein bisschen Boom macht Jetzt komm schon Ah Okay Das war schlecht Das war schlecht Komm schon Alter, warum hört die Bullet Timer mal auf? Die Bullet Timer hört immer bei dem Typ mal auf Ich Oh, das ist so nervig Jetzt sterbe ich erstmal wieder Alter, ist das nervig So Geil Jetzt hat er noch auf meine Leiche hier geschossen Alter Das bist du für den Sack So, jetzt machen wir das anders Jetzt machen wir das ganz anders Du kack Ähm, MG Hörnir Nämlich schon die ganze Zeit So Bäm Bäm Bäm, 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 bäm So Wieder dieses schöne Mafia-Theme da Von Wer hat das gesagt? Irgendein Jazz-Künstler Ich hab meinen Namen vergessen Leider So Jetzt hab ich einen MG Ja, jetzt sind alle tot Ist ja lame Ist ja lame Von euch Bin voll enttäuscht Alter Der Timer-Lehmer von da hinten Was macht der eigentlich da? Bäm So Muss ich da jetzt hochlaufen? Ah, cool Oh Kriegen wir Augen schmerzen Wenn man da Wenn man da runter schaut So Alter Boah Alter, der war tot Mies, Mann Der Typ war tot Und dann steht er einfach wieder auf So, komm Oh, hier muss doch irgendwo mal ein Leben spawnen So Immerhin mal etwas So Alter Die Typen Die stehen immer auf Nachdem sie schon tot sind Legt mich langsam auf Ich dachte mir schon Dass das so leicht wäre Einfach so ganz schön den anzumachen Und dann enden Ne, ne, ne So Jetzt sind wir in den Katakomen So Schauen wir mal was es da so schönes gibt Wahrscheinlich noch mehr Böse 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 Mexikaner So Mein Kombo ist gleich weggekommen Ich habe einen 19er-Kombo Ich will das behalten Ah, Gegner Sehr schön Bäm Hat es den nicht getroffen? Schade Naja Man kann nicht alles haben So Erstmal das hier geholt Und jetzt hier Strom an Komm Was ist das schon wieder? Du musst den Generator starten Bevor du das Koffeln Okay Dann müssen wir wahrscheinlich Erstmal noch weiter runter Alter Sind die Typen mies Die sind ja so unfair teilweise So Jetzt weißt du wie es ist Wenn man einfach so aus der Von der nächsten Ecke daher jumpt Und man keine Chance hat Du sack Jetzt ist es ja noch keine Ruine So Gut Ähm Dann kommen wir gleich wieder weg Scheiße Appetit Mani brauchen wir gerade nicht So Schnell runter Kommt 24er Komm ich möchte es aufrechterhalten Komm ich möchte ein 30er Komm Komm ich hin Okay Aktiviert die Konsole Um die Generator zu erzeugen Es gibt sicher ein paar Ugly Beasts In diesem Bäm Würde ich mal sagen So Du findest die Kontrollen Um die Koffeln zu erzeugen Zurück in der ersten Runde des Katakombs Nachdem der Koffeln zu erzeugen Entschuldigung Ich kann speichern Dann kann der Typ weiter labern So speichern Speichern Schnell Hallo Ich bin in Eile Oh killy dockly Ich hoffe das sind ein paar neue Gegner gespawnt Ich möchte spielen Ja American So Klaas Spawne Alle einfach mal So Komm Warte 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 Bäm Komm mal Headshot Yes Zack So 31 Komm Das dürften neue Rekords haben Wenn ich mich nicht ganz hätte So Komm Nicht auf die Container schießen Ich wollte Ein Haar Wollte hier auf die Container schießen So Bäm Alter Alter Du Assi mit deinem Häschen Alter Das ist so Nies Was die hier teilweise immer abziehen Kann ich die Oh nein 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 Mann ey Wie kann ich da bitte ausweichen Ey Das ist so mies gerade Komm du Mit deinem scheiß Granatwerfer bist schon mal down Ich schieße mal alle Fässer kaputt Damit die mich nicht mehr damit langweilen können Bitte Nein Der hat eine Granate So Scheiße Der hat mir auch Leben abgezogen Aber es wäre noch schlimmer gewesen Hätte er sie richtig beworfen So Hui Ja klar Dann können wir einfach nochmal mehr Oh was war denn das für ein scheiß Move Nein Alter Ich hau meine ganzen Rewards hier weg Ich hab nur noch vier Rewards Oh nein So Hau ihn doch tot So Der sollte tot sein Ich spawn halt so wenig Leben gerade in dem Level Es ist furchtbar So Pumpgun So 42er Komm Ne ist mein Tod Alter Warum schießt du nicht Warum schlägst du Honk Aha You must be Ramiro The latest tiresome Pest from the cruise clan of cockroach I hear you're the one that feeds on trash and slime short ass It's time you got crushed like the rest of the bugs that attack papas property Sombrero of death Hey short ass Show me what you got Äh was ist der Sombrero Alter der Sombrero of death Geil Der Sombrero of death Leute Dann schieß mal auf den mein kleines Sombrero So Der Sombrero of death Leute Alter der hat Granatwürfe der Sombrero of death Hey General For someone named after a mountain You are one hell of a tiny bastard Ja Und damit haben wir ein 46er Combo Und jetzt ist auch gleich der General weg Dank unserem coolen hier Muchacho hier Haha Sehr cool wirklich Sehr cool einfach Okay Leute Jetzt haben wir den ausgerichtet Und ich würde sagen Jetzt können wir noch einen kleinen Cup machen Der ist der Satellit ist wieder an Und im nächsten Bad kümmern wir uns dann Um die kleinen Trottel Die hier auf uns zulaufen Bis dahin Euer Demzimmerfix Haut rein Auf Wiedersehen Ciao